In diesem Video erfährst du die drei dunkelsten Geheimnisse, die Frauen vor Männern versteckt halten. Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Und doch sind wir fasziniert von ihnen. Wer wünscht sich nicht eine Partnerin, mit der wir auf Augenhöhe sind, die schön und intelligent ist und mit der wir gemeinsam alt werden können. Aber warum haben wir dann solche Schwierigkeiten damit, Frauen kennenzulernen, zu flirten oder eine Freundin zu bekommen? Wenn du Frauen endlich verstehen willst, dann musst du diese drei Geheimnisse kennen. Das erste Geheimnis ist, sie hat Angst. Sie will nie wieder so verletzt werden, wie von dem einen Mann, der ihr immer noch im Gedächtnis geblieben ist. Jede Frau war irgendwann mal ein kleines Mädchen und wir waren mal kleine Jungs. Erinnerst du dich, als wir damals noch keine Probleme hatten, mit Mädchen zu spielen, zu reden oder sogar zu streiten. Auch wenn wir es vergessen haben, wir sehen eine Wahrheit jeden einzelnen Tag. Kinder haben nicht diese Angst, so wie wir sie täglich kennen. Und so unschuldig, wie Kinder eigentlich sind, müsste uns doch eigentlich auffallen, was ist zwischen damals und heute passiert? Warum verhalten sich Frauen in unserem Leben so anders, wie wir es noch aus unserem Kindesalter kennen? Warum verhalten sie sich so geheimnisvoll? Warum halten sie diese höfliche und manchmal nicht so höfliche Distanz? Warum sagt sie dir nicht einfach die Wahrheit, wenn sie dich nur als Freund gerne hat? Warum hält sie uns dann scheinbar in ihrer Nähe, wohlwissend, dass niemals etwas zwischen uns passieren wird? Oder warum traut sie sich dann nicht den ersten Schritt zu wagen, wenn sie dich mag? Wenn sie insgeheim verliebt in dich ist, warum gibt sie dir kein Zeichen und macht es uns damit einfacher? Ihr größtes Geheimnis, das sie vor uns Männern versteckt hält, ist, sie wurde verletzt. Jede Frau hat mindestens eine Geschichte von einem Jungen oder einem Mann, der ihr in ihr Leben getreten ist und dann wieder gegangen ist. Entweder weil er ihr Vertrauen missbraucht hat, ihr schöne Dinge gesagt hat, aber nichts davon wirklich gemeint hat. Oder weil er ein wirklich guter Kerl war, der sich aber letztlich in eine andere Frau verliebt hat. Dieser Schmerz sitzt tief und weil sie sehr sorgfältig mit ihren Gefühlen umgehen möchte und nicht wieder jemanden zu schnell in ihr Herz hineinlassen kann, wird sie sich distanziert verhalten. Selbst wenn sie dich mag, dann wird sie oft auf Distanz gehen, aus Angst verletzt zu werden. Und das ist das Verrückte. Sie wird wahrscheinlich ihre Freundinnen fragen, was soll ich tun? Und sie werden ihr oft denselben bescheuerten Ratschlag geben. Lass ihn ein wenig zappeln. Es gibt nur wenige Frauen, die die Reife haben, zu sich einzustehen, keine Spielchen spielen wollen und stark genug sind, auch gegen die Masse anzutreten. Genauso wie es nur wenige solcher Männer gibt. Die große Tragik ist, es gibt genauso kaum Männer, die zu ihren Bedürfnissen stehen, die unabhängig sind, mutig auf Frauen zugehen, souverän und locker mit ihnen reden können, sie küssen können und eine Verbindung mit ihr aufbauen können, bei der sie sich endlich fallen lassen kann. Es liegt an uns, wenn wir diesen Kreislauf endlich durchbrechen wollen. Wenn wir die Schuld und die Verantwortung auf andere schieben und sagen, warum kann sie mich nicht ansprechen? Warum kann sie nicht den ersten Schritt machen? Dann wird sich nichts ändern. Dann machen wir genau dasselbe, was hunderttausende von anderen Menschen jeden Tag tun. Mental Däumchen drehen und dann passiert gar nichts. Und das ist nicht unsere Schuld. Wir haben genauso Angst wie sie. Sie will den einen Mann finden, der ihr eine bessere Welt zeigen kann. Ein Mann, der Frauen liebt, der ihr zeigen kann, ich bleibe ich, selbst wenn ich mal hinfalle, selbst wenn ich von einer Frau enttäuscht werde oder verletzt werde. Ich bleibe, wer ich bin. Mein Wert ist nicht von den äußeren Faktoren oder dem Feedback von anderen abhängig. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wieviel ich wert bin und deswegen kann ich auch weiterhin positive Energie an Frauen und andere weitergeben. Ich lasse mich nicht von der Umwelt dazu erdrücken, auch so negativ zu werden, nur weil sie verletzt wurden. Das lasse ich nicht zu. In meinem Herzen ist Liebe, egal wie oft ich hinfalle. Der Mann, der das versteht und verkörpert, das ist der Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Das ist der Mann, vor dem sie diese Angst fallen lassen kann. Das ist der Mann, dem sie vertrauen möchte, der mit ihr flirten kann, das Ganze nicht zu ernst nimmt und sich verhält wie damals im Sandkasten, der sie necken kann, sie aufziehen kann, sie auf ein Treffen einlädt und sie auch einfach mal küsst. Das zweite Geheimnis ist, sie will Sex genauso wie du. In einem geschützten Rahmen, in dem sie sich wohl fühlt, ihre Geheimnisse preiszugeben, ihre versauten Gedanken und all das, was sie die ganze Zeit unterdrückt hat. Sie will alles endlich rauslassen mit dir. Wenn du aus erster Hand mal lesen möchtest, wie Frauen auf solche versauten Gedanken kommen, dann empfehle ich dir sehr das Buch Verbotene Früchte von Nancy Friday oder mehr deine eigenen Erfahrungen zu machen. Und das dritte Geheimnis ist, sie ist nicht viel anders als du. Aber das wissen wir mittlerweile, denn auch wir haben Angst. Auch wir lieben Sex. Ja, ich weiß, es gibt noch tausende andere Geheimnisse, aber die sind nicht wichtig. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja, aber was wir wollen, ist nicht viel anders. Und unsere Ängste sind auch nicht so verschieden. Was zählt, ist, dass wir uns endlich trauen. Du weißt schon längst, was du tun sollst. Du weißt es. Dieses Video ist überflüssig. Aber warum hast du es noch nicht getan? Die einzige Antwort, du hast Angst zu scheitern. Wenn du hundertprozentig wüsstest, dass du die richtige finden wirst, dass du mit ihr zusammenkommst, dass ihr glücklich werdet, eine Beziehung auf Augenhöhe führt und gemeinsam alt werden könnt, dann würdest du dich auch trauen. Wenn wir diese Sicherheit hätten, dann wäre das natürlich alles viel einfacher. Aber die haben wir nicht. Wir haben Ängste und Frauen haben Ängste. Lass mich dir zeigen, was ich getan habe, um an diesen Punkt zu kommen. Klicke hier. Auf der nächsten Seite steht genau, wie wir miteinander arbeiten können und wie viele hunderte Männer es schon geschafft haben, endlich ihre richtige zu finden und zu verführen. Ich muss sagen, das ganze Programm hat mir sehr geholfen. Im Vergleich zu früher, was das Flirten mit Frauen angeht, was das Ansprechen von Frauen angeht, ist es eine tausendprozentige Verbesserung. Klick auf diesen Button, trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein und dann kannst du dich informieren, wie du in zwölf Wochen flirten lernst, endlich Frauen verführen wirst und entlang dieser Reise die richtige findest. Und das alles ohne ein Arsch zu werden.